Ich streite mit meinem imaginären Freund und teste die Reaktion meines Verlobten. Zieh doch nicht nur in meinen Haaren! Ich hab keinen Bock mehr mit dir zu reden! Au! Lass doch mal meine Hand in Ruhe! Entschuldigung, keinen Unterbreitung. Dennoch, warum du gerade streitest. Spinnst du? Au! Es hat mir so wehgetan! Es hat mir so wehgetan! Mann! Du wirst es nicht machen, die breng dich um. Ich würde sie aussprechen lassen an deiner Stelle. Du siehst meine Latten am Zaun? Da ist ein Riesenfenster, wenn jemand von draußen sieht. Spinnst du oder was? Warum? Was war rum? Iiiiihiiiih! Iiiiihiiiih! Sag mal! Hast du zu viel Final Destination oder wie diese Filme da heißen? Das war ja so dein Schlafproblem. Mach dich nicht nur bei ihm lustig! Hä? Komm her! Hattest du dich angeguckt? Ja! Ich würde ihn ja schlagen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Weißt du, wo niemand ist? Da oben drin. Schlaf einfach. Das wird schon wieder.